Bereit, Frau Kollegin? Bereit, Herr Kollege! Liebe Kinder, liebe Fischkinder, liebe Leute! Bitte, wir erzählen euch und ihnen, also eigentlich allen, also heute geht's ums Thema Lügen. Das ist korrekt! Lügen ist ein Thema, das uns alle angibt. Gutes Lügen will gelernt sein. Nein, Lügen erzählen ist gar nicht schön. Lügen haben kurze Beine. Lügen ist A, schlecht, B, böse, C, verboten. Denn voll gelogen werden macht keinen Spaß. Lügner sehen aus wie du und ich. Okay, der hört gut zu, die Augen aufgestellt. Jetzt wird euch das vom Lügen erzählt. Musik 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 No comment! Musik 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 Warum lügen überhaupt an, wenn überhaupt niemand angelogen werden will? Als ich so alt war wie hier, hab ich gelogen, dass es nur so kracht. Gelogen, gelogen, gelogen! Und wenn jeder lügt, wer lügt dann auch? Ich, die Frau Barsch. Das ist korrekt. Lügen verboten. Lügen, Lügen, Lügen heißt die Wahrheit verliegen. Schummeln, Murbeln, Strindeln, Betrügen. Und was ist ein streng dieser Bluten? Na Lügen! Musik 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 Musik